Ich habe wieder davon geträumt und es war alles so deutlich. Ich konnte das Blut riechen und ich habe Träume gespürt. Sie träumen von diesem Ereignis, weil Sie es aufarbeiten. Das ist der Ursprung Ihrer Ängste. Ich mache mir nur Sorgen um meine Familie und meine Frau. Ihre Frau Ihre Frau Wie geht es Ihre Frau? Die Wahrheit ist, dass Sie die meisten Zeit mit Auditionen für low-budget Productions, no-budget und was the hell is a budget? Add commercials and script and reality shows. Great game. Und ich liebe Auditions, weil Sie so viel über sich selbst lernen können. Und Ihre Gefühle. Ich liebe es, wenn die Spiele fit in meinem Mund. Das ist sehr praktisch. Ich bin nur fünf Minuten später. Ich liebe Auditions. Ich liebe Auditions. Ich habe so viel Angst, um zu kommen. Es ist ein Schauspiel. Mit dem Schauspiel würde ich wahrscheinlich verhungern. Meine Katzen würden verhungern. Alle würden verhungern. Was war deine aufregendste Rolle als Schauspieler wie du bis jetzt spielst? Ich würde auch gerne mal einen Pornofil spielen. Nein, war doch schön. Ich habe wieder davon geträumt und es war alles so deutlich. Ich konnte das Blut riechen. Und ich habe Träume gespürt. Die Situation von diesem Ereignis werde ich jetzt aufarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau das gleiche wie Sie. Ich weiß. Ich will mich nur um meine Familie kümmern. Um meine Frau. Ihre Frau? Wie geht es Ihrer Frau? Gut. Lisa, geht es gut? Oh Gott. Ich habe sie umgebracht. Das ganze Blut. Ich will nicht mehr leben. Anna. Und das ist der Burger. Es ist sehr groß. Es ist der Uncharted 4-Burger. Ich werde jetzt noch näher schauen. Und ich hoffe, es macht meinen Tag. Denn mein Tag heute war sehr hart. Und ich bin sehr entzündet. Und fertig. Ich kann sagen, ich bin jetzt auf meinem Ende. So. Das ist der Burger. Es ist gut. Es ist sehr gut. Und. Ich muss sagen, sorry, ich muss sagen, Ich mag die Idee, dass du ein free Burger kriegst, wenn du einen dieser Spiel kaufen kannst. Aber, auf der anderen Seite, dieses Spiel ist sehr günstig. Ich habe die 60 Euro. Aber, ich bekomme einen Burger. Und heute, ich habe diesen Burger wirklich gut. ich habe den anderen Tag mit mir. Ich habe den Tag mit mir. Und es ist heiß. Der Burger ist heiß. Oder, spicy. Sorry, es ist nicht heiß, es ist spicy. Ich werde jetzt nach Hause gehen und das Spiel für die nächsten drei Tage spielen. Weil ich so ein großer Fan dieser Spielserie bin. Und ich habe ein paar Jahre warten. Ich werde zurück. und schluck. Die Töne 1. Die Töne 2. Die Töne 4-Gereich- Schlauchz. Ja, jetzt bin ich bereit für GAMING! Update? WTF Update? 18 Minuten? Nein! Warum? Oh! Oh, come on! Ah, cool! Shit! Shit! I'm dead! Ja! Ja! Yes, hello? No, I don't have time. No, I'm playing a game. No, I'm playing a game. Come on, I don't have time. No, it's a computer game for the PS4. It's great. No, I'm not a child. It's a game for adults. It is called Uncharted 4. It's great. It has a great graphic. It has action. It has really a good story. Even I can understand, you know. It's great. I like it. No, I cannot come now. I don't have time. Come on. No, I cannot. No, no, no. What? How much money? I'll call you back later, okay? Okay? Okay. Bye. Bye. So, bye. I play my game now. And I wish you all the best. This is really a great game. Great graphics. I like it very much. So, hasta la vista, baby. And I'll be back. And don't call me, you know. I don't have time for anything. For the next three days. Not every job is it worth to do it. Sometimes it's better to stay at home. I understand, you know.